Mein Name ist Andreas Hellmerich, ich bin Klient gewesen bei Cosmotent Budapest, Zahnklinik Ungarn. In meinem Fall, ich bin an die Uni Klänge Gürz, wo ich einen Zahnstatus erheben lassen habe, bekam die CD mit. Die habe ich online nach Ungarn vermittelt und hatte sogar ein Skype-Gespräch mit dem Chefarzt, wo wir noch Details abklären konnten. Also aufgrund dessen konnte der Heilungskostenplan schon erstellt werden. Hier wird mit High Level gearbeitet, der Standard ist wie in Deutschland oder der Schweiz vergleichbar. Und Sie müssen sehen, dass Sie, ich in meinem Fall, 40-50% der Kosten inklusive aller Reisenkosten einsparen können. Das ist eine echte Hausnummer. Damit können Sie zwei super Urlaube machen, was Sie hier an Alpsparnissen haben. Was noch dazu zu sagen ist, Sie müssen auch nicht immer nach Ungarn kommen, um irgendwelche Problemchen mal anzusprechen. Es gibt Vertragszahnärzte in Deutschland, Frankfurt, Nürnberg, also an zentralen Orten, da können Sie auch hinfahren. Um da noch eventuell was klein nachjustieren zu lassen. Sich hier nicht ganz zu Hause fühlen, das ist überhaupt kein Problem. Es sprechen auch viele Menschen in Budapest noch Deutsch. Die jungen Leute sprechen alle Englisch. Sie finden hier sogar Lidl, Aldi, Müller, DM. Also Sie fühlen sich eigentlich gleich zu Hause. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, es gibt überall super unkarisches Essen. Und man kann überall einfach gut einkaufen. Was die Verkehrslage angeht, Sie können sich ein Ticket kaufen. Ich habe mir das 14-Tage-Ticket gekauft. Das kostet umgerechnet gerade mal 16,50 Euro. Oder 24 Stunden, 72 Stunden oder 96 Stunden Tickets. Und dann haben Sie ein ganzes Paket. Das kostet umgerechnet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020